Unser Studium ist breit aufgestellt und das korrespondiert mit einer Vielfalt von verschiedenen beruflichen Möglichkeiten, die man nach dem Studium hat. Ganz klar natürlich die beruflichen Felder, die es in den Betrieben gibt, die verschiedenen Funktionen, die dort ausgefüllt werden müssen. Vom Vertrieb Marketing, also der Marktseite des Unternehmens, über den Einkauf bis hin zum Rechnungswesen und der Personalführung. Neben den rein betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten innerhalb von Unternehmen gibt es ähnliche Funktionen in der öffentlichen Verwaltung, die immer mehr solche Dinge auch umsetzt. Und insbesondere vielleicht für die Kommilitonen, die eine eher volkswirtschaftliche Ausrichtung oder Schwerpunktsetzung in ihrem Studium wählen, gibt es berufliche Möglichkeiten in Verbänden, in Organisationen, also eher im öffentlich-politischen Bereich.